Haben Sie gewusst, dass bei dem Stadion jetzt immer noch ein Stadion-DJ drin hat, wo sie wirklich hinstellen? Den hat man gar nie gesehen, oder? An der EM? Ja. Also wo sie hinstellen? Der ist an der Seitenlinie, macht in der Pause, spielt er zum hundertsten Mal. Dö, 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 dö. Einfach, falls nicht schon genug Leute im Stadion sind. Der braucht es auch noch. Wir stellen noch einen nahe zu den Spielern hin, dass die ja nicht zu sicher sind vor der Delta-Variante. Genau. Weisst du noch, wo geht sie? Die Opernsängerin auf dem Postauto reingefahren hat. Was? Auf dem Postauto? Ja, auf so einem alten Postauto. Und sie hat auf dem Dach gesungen. Hat sie runtergefallen? Nein, aber es ist so sehr, das ist irgendwie so eine... Was ist das für eine Sensationsgeilheit? Nein, stell dir mal vor, du singst so, und dann kommt es so und du bist da drauf. Also es war wirklich ein echtes Rad. Das ist wirklich schwierig. Alle sind extrem gegen die Aktion gegangen. Man hat schon gewusst, dass die wird kommen. Dann ist sie nicht oben gewesen. Dann hat ein paar Arie geschmettert und noch «You'll never walk alone» gesungen. Und die Fans haben die Pfiffe durchgegeben, und zwar extrem laut. So laut war es, glaube ich, noch nie im letzten Grund. Und dann, nebentran, sind eben die Spieler am Einspielen gewesen. Im letzten Grund schon im neuen? Ja. Das ist noch nicht so lange her. Nein. Und ein paar Spieler haben das irgendwie zur Motivation genommen, während dem Einspielen, zum Beispiel der Toko, der hat immer den Bölen möglichst nahe an ihr vorbeigeschossen. Nein. Und alle haben immer gehofft, hoffentlich wird sie getroffen. Und da hat der Sikora Freude, merkst du? Das ist lustig. Ich war da im Stadion. Schadenfreude ist die schönste Freude. Hier ist die Mannschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Männer. Sikora! Und mit der Nummer 13, der Tor. Gisle! Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Der Sikora spielt heute mit dem Zwölfen, weil mit dem Zeni läuft natürlich die Aline die Rede auf. Nationalrätin und Mittelfeldregisseurin vom FC Helvetia. Ist das wahr? Als Linke spielst du in der Mitte? Ja. Ich habe es einmal geschafft, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das heisst, du wärst gerne in einer anderen Partei, die haben dich dort einfach nicht genommen. Jetzt hast du die Mitte dir ausgesucht auf dem Fussballplatz. Nein, es ist einfach, die Trainerin hat gesagt, schau, du bist in der Mitte Mitte und du bist der Ruend Paul. Ruend Paul heisst, du laufst einfach nicht rum. Ja, nein, ich bin voll hörnengesegelt. Also kann man jetzt nicht. Aber ich habe einfach Ruhe ins Spiel gebracht. Und das ist sonst nicht jetzt das, was man mir, glaube ich, attestieren würde. Und darum bin ich wahnsinnig geahd gewesen. Aber die Aufstellung schuss, die macht sich nicht nach politischer Gesinnung. Also nicht der rechte Flügel, dann wirklich auch auf dem rechten Flügel. Das ist eine Durchmischung auf dem Platz, auch von den Parteien. Man muss sagen, was der FC Helvetia ist vielleicht, das wissen viele nicht. Das sind Parlamentarierinnen vom Nationalen Parlament nur. Also Ständirätinnen und Nationalrätinnen. Das letzte Mal haben nur Nationalrätinnen mitgespielt. Dann gibt es noch nicht so lange. Es ist ja das Bandat zum FC Nationalrat, das eigentlich mal gemischt war. Genau. Also es hat halt früher, haben wir zu viert, wir sind vier Frauen gewesen, die ab und zu beim FC Nationalrat mitgespielt haben, bei den Mannen. Aber immer nur dann, weil die gegnerische Mannschaft auch hat Frauen gehabt. Und das hat immer so sehr viele Diskussionen geführt, weil da hat es ja die gesagt, jetzt macht mal ein Frauenteam. Das haben wir sehr oft gehört. Das war ein Ostschweizer, wo das dann ist. Genau. Nr. Schaffhausen. Und es hat auch viel zu wenig Frauen gehabt, für überhaupt ein Team. Also ich habe glaube ich schon elf Frauen gehabt, aber es müssten ja auch noch ein paar rennen. Und dann war das gar nicht ein Thema. Und jetzt seit den Wahlen 2019 sind wir so viele Frauen, dass wir gesagt haben, jetzt können wir ein eigenes Team machen. Dann würdest du dir auch helfen, wenn wir bei den nächsten Wahlen darauf schauen würden, dass auch fussballerisch gute Frauen gewählt werden. Ja, das wäre sicher ein Vorteil. Vor allem, wenn wir jetzt, wir haben ganz viele zum ersten Mal shooten. Also es ist ja auch noch cool, wirklich. Und wir haben ja den ersten Match gewonnen, für das Trainingsspiel gewesen. Jetzt wird es so richtig, im September spielen wir den ersten offiziellen Match. Und ich glaube, kein Team hat so viel schon Medienpräsenz und Lorbeeren bekommen, bevor wir überhaupt einmal die haben gesehen. Vorschuss Lorbeeren, etwas ganz, ganz Gefährliches. Ja. Da sind wir eigentlich schon relativ nahe bei der Europameisterschaft. Es sind zwei Halbfinale durch. Über die werden wir sicher noch reden. Ich möchte mit dir vor allem auch mal über die Deutschen sprechen. Wir haben noch gar nicht wirklich über die Deutschen gesprochen. Sie haben uns wie zu früh verlassen, bevor wir dazu gekommen sind. Ist das wie so die Grabesrede? Ja, aber man kann trotzdem überreden. Ja, mir hat die Schweizer auch noch gegeben. Wir müssen zuerst mal über die reden, weil sie dann vielleicht nachher... Sie haben uns leider viel zu früh verlassen. Ja, man muss ja feststellen, wieso ich mit dir über Deutschland sprechen möchte. Du bist eine deutsch-schweizerische Doppelbürgerin. Mhm. Die Schweizer haben jetzt das zweite Mal hintereinander am Turnier, sind es länger im Turnier als die Deutschen. Was macht das mit dir, mit deinem Fanherz, das wahrscheinlich auch ein bisschen gespalten ist? Ja, es ist für mich schon eine sehr schwierige Situation. Weil früher ist es wie klar gewesen, in den Gruppenspielen bin ich für die Schweiz gewesen. Die sind nachher ja nicht weitergekommen und nachher konnte ich voll für Deutschland fähnen und dann ist es meistens so ein bisschen länger gegangen. Und jetzt, ja, jetzt weiss ich nicht, soll ich wie ganz umstellen. Oder? Dann könnte ja wie ein Gruppenspiel jetzt einfach neu für Deutschland sein und dann für die Schweiz. Oder es ist, ja, es ist so eine Transformationsphase in meinem Fan-Dasein im Moment. Und es hat keine Priorität? Oder hat es das? Ja, es ist immer, wenn sie wirklich mal gegeneinander gespielt, dann ist es schwierig geworden. Aber dann habe ich meistens eben gleich an der Schweiz gekauft, weil sie einfach kleiner und schwächer waren. Dann erfreut ja die Sympathie bei mir auch dazu. Ja, und für das lebe ich ja auch, so mache ich auch Politik. Und jetzt ist eben auch das wie nicht mehr ganz so gegeben. Also jetzt im Moment wäre ich auch für Deutschland, weil sie sind wirklich mega armi. Kleiner und schwächer. Ja, ja. Sie sind mega armi. Also ist das Mitleid rum? Bei mir schon. Es ist, mir tut es schon sehr weh, wenn die rauskähen. Es ist natürlich auch früher, wenn wir für Deutschland waren, sind ja alle noch dagegen gewesen, als ich als Kind war. Deutschland hat man gehasst. Und wir haben schon nur darum, dann noch viel mehr sind wir für Deutschland gewesen. Und dann kam es so die Zeit, wo die Deutschen, die alle hier sind, arbeiten, hatten ja auch Kinder. Und die sind dann mit unseren Gottenkindern, mit unseren Kindern in die Kita gewesen und alle hatten plötzlich ein Deutschlandliebchen angekommen. Und das war echt auch recht gut, weil da musste man nicht mehr so wie mit dem Gegeneffekt spielen und konnte einfach voll frei für Deutschland sein. Und das wäre ja jetzt so, jetzt kommen sie nicht mehr weiter. Jetzt, wo man endlich offen für seine Deutschlandliebe, zu seiner Deutschlandliebe stehen, versagt. Aber das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Es gab wirklich eine Zeit, wenn man jetzt mal zu Zürich mit einem Deutschlandliebchen rumgelaufen wäre, da wären wir gerade angefeindert. Das hat sich gar nicht mehr getrennt. Nein, das wäre nicht gegangen. Also, erzähl dir Frau, vor welcher Zeit reden wir jetzt da? Also, wo ich hier in Zürich gelebt, wo ich hier studiert habe... 90er Jahre? Nein. Also, so alt bin ich. Nein, ich habe jetzt mehr von 90er Jahre. Zwischen 2000. Ich wollte jetzt 80er Jahre sagen. Also, genau. Irgendwie 2005. Ja. Dort rum. Ist es immer noch nicht gegangen? Dort ist es wirklich... Ich habe mit meinen deutschen Freunden und die haben sich auch so angelegt. Das war wirklich schwierig. Also, ich glaube, Sommermärchen... Man muss ja mittlerweile eine Anführung als Schlusszeichen setzen, das Sommermärchen. Aber das ist so die WM in Deutschland, wo die Deutschen plötzlich weltweit ganz viel Sympathie gekommen haben. Die hat schon etwas verändert. Sicher. Also, nicht nur das, dass es etwas turnieren war und es war alles lässig und es war weiter und die Stimmung war gut. Aber das Team hat sich natürlich auch sehr geändert um den Fussball, wo sie gespielt haben. Also, vorhin, in den 80er Jahren war es natürlich schwierig zum Fan sein von einem Hans-Peter Briegel, der einfach schon sehr böse gespielt hat und sympathisch. Toni Schumacher mit dem Übelfeld und hast schon mal die Sympathie wirklich nicht auf deiner Seite und nachher ist es ein gemischteres Team gekommen, hat auch viel schönerer Fussball gespielt und dann ist es so ab 2008 konnte man spätestens 2008 auch sagen, jetzt kann man Deutschland-Fan sein. Ich habe ja immer so WM-Bars gemacht und dort hast du das gemerkt. Früher ist es einfach so, egal wer der Gegner ist, es ist einfach gegen Deutschland. Immer gegen Deutschland, ja. Und nachher hat das sehr stark gewandt. Also, ist Deutschland schon recht weit oben in der Sympathie gewesen. Es ist doch krass, wie schnell, dass es so geht. Ist doch gut, dass es so geht. Max, auch die Deutschen in der Schweiz gönnen, dass sie nicht mehr sich mit dem Verstecken und jetzt kommt auch noch der Aussenseiter-Bonus dazu. Genau, jetzt haben sie auch noch das Mitleid auf ihrer Seite. Jetzt wird es richtig gut. Hat der Jogi Löff das Land gewartet mit gehen? Ja gut, das ist sicher jetzt gut. Es gibt ja Sessukleber auch in der Politik, vor allem Kleber. Und ich glaube, das ist bei ihm jetzt sicher so. Er hat einen E-Finger, er hat früher vermissen. Es war ein Turnier zu viel. Ja. Wobei es wäre auch ein paar schöne Szenen vorenthalten geblieben. Auch eine schöne Frisur. Ja, doch. Warum sieht er aus, als hätte er die Perücke von einer jüdischen Mama? Also, ich kenne seinen Stilberater nicht. Aber ich glaube, es ist ein Konzept. Wenn es ja wie zum Beispiel der Paul Rechsteiner, der Ständerate von SP, der seit er gewählt wurde, vor 30 Jahren, er sieht immer gleich aus. Und das ist natürlich für Leute sehr einfach, vor allem, wenn man wieder gewählt muss werden oder jetzt Jogi Lööf auch in die Medien muss. Und wenn man immer den kennt man, oder die Spieler wechseln. Aber er ist so, das ist der mit dieser Frisur. Ich finde, ich habe immer gesagt, mir ist Mathieu. aber es ist auch wirklich konsequent. Also, wenn man so Panini-Fötchen anschaut, vom Jogi Lööf, der noch auf Hause gespielt hat, so hat er einfach ausgesehen, immer. Jetzt ist ein bisschen grau dazu gekommen, aber sonst ist es eigentlich immer noch... Vielleicht ist der Paul Rechsteiner und er den gleichen Medienberater. Ich weiss, dass sie gleich sind. Die gleiche Person. Jogi Lööf als Paul Rechstein einfach einen Schnauz anklebt, wenn er an den Pferden gegangen ist. Für das hat er recht gut Gesanggallern. Das ist die Kunstfigur vom Jogi Lööf. Also, aber da muss jetzt ein Neuanfang passieren. Was ist es gelegen, dass die Deutschen, du bist ja ein fundierter Beobachter vom Internationalen und damit auch vom deutschen Fussball auch gelegen, dass die Deutschen das ja nicht reüssiert haben. Also, eigentlich ist es wie Tosinzias, das ja eine schwierige Gruppe gehabt und dort weitergekommen und damit, ich kann sagen, Minimalziele erreicht und zwar mit wirklich sehr viel Würgen. Also, auch noch gegen Ungarn im letzten Spiel hatten sie sehr mühe. Nachher hätte ich eigentlich gedacht, das ist wie so, vorher war der Druck relativ hoch, du hast gute Gegner gehabt, du hast knapp noch weitergerettet, wie die Schweiz auch und das dann wie so eigentlich den Knopf aufmacht und ich hätte wirklich eigentlich alles verwettet, dass Deutschland England rausrührt und dort bin ich eigentlich recht enttäuscht von dem Spiel von den Deutschen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, alles ist extrem schlecht gewesen, aber einfach das Spiel gegen England hat einfach auf mehreren Ebenen nicht genügt und ich habe das Gefühl, er hat ja auch sehr viele Sachen probiert, Leute wieder aussortiert, dann wieder reingeholt, ist vielleicht auch nicht der optimale Weg gewesen, also der Drucker finde ich extrem gross gewesen, er hat dann glaube ich ein paar Mal zu viel nachgegeben. Also Thomas Möder und Mats Hummels zum Beispiel genau, die haben halt alle wieder. Ja. Ich finde, sie hatten irgendwie nicht so Freude gehabt, also wenn man nicht das Spiel oder sie sind wie nicht so motiviert gewesen. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich habe das bezwiebeln, dass jemand, ein Fussballer nicht motiviert ist. Zum Gewinner, ja bestimmt, aber vielleicht ist das, was du gesagt hast, mit dem Knopf aufzutun. Ich habe irgendwie so erwartet, dass sie wie ja, und stürmen und rennen und weinen so das wollen. Also vielleicht sind sie mega motiviert gewesen, aber ich wollte nicht. Ich glaube, sie wollten sie auch, sie konnten mich einfach nicht, aber sie hatten natürlich dazu mit dem Gegner, aber sie haben wie gerade die Engländer-Kreismittel gefunden. Das hat irgendwie nicht so gefällt, um zu schauen. Gut, man kann immerhin sagen, sie sind gegen die Mannschaft ausgeschieden, die jetzt im Final steht. So gesehen, nicht gegen einen Glönke-Gegner. Ja, und in den Gruppenspielen hatten sie auch noch die Franzosen, sogar gegen die Schweiz müde. Todesgruppen, die nach dem Achtfinal alle tot waren. Halbfinale, du hast nicht beide geschaut, oder? Nein, ich konnte es nur sporadisch schauen. Italien, Spanien? Ja, also das Schlimmste am Spanien, ich weiss, ich muss ein bisschen aufpassen mit der italienischen Mannschaft, weil du so wahnsinnig Fan bist. Man muss gar nicht aufpassen, man darf alles sagen. Ich finde, ich habe ein bisschen Mühe mit, wenn wir an diesem Boden liegen und gegen Belgien war es für mich unerträglich, die letzte Viertelstunde, als Italien dort gemacht hat. Und ich habe auch dieses Mal gefunden, ja, muss es wirklich immer so. Ja, spielt doch einfach. Schautet, wenn ihr schon könnt. Muss man aber auch sagen, das haben sie in dem Turnier immer gemacht. Also sie haben das mit dem auf die Zeit spielen, das haben sie gegen Belgien ein bisschen gemacht in den letzten 10 Minuten, aber sonst null in dem Turnier. Ja, aber klein. Also es war perfektioniert gewesen. Aber das hat noch die Händchen abgeschoben. Es hat nichts mit italienischen Mannschaften zu. Alle anderen Mannschaften, die 1-0 vorne wären, zehn Minuten vor Schluss gegen einen der Favoriten, würden das auch machen. Aber da müsste man vielleicht ja grundsätzlich nachdenken. Das kann man sowieso machen. Es gibt natürlich Variante, es gibt Vorschläge, die schon länger im Raum stehen, die aber sicher nie werden umgesetzt werden, nämlich, dass wenn ein Spieler am Boden liegt, dass das eben nicht passiert, dass er einfach dort liegt und dann liegt er und nach ein paar Minuten steht er auf und rennt weiter, wie wenn nichts sein wäre, dass es die sogenannte grüne Karte gibt. Also wenn du am Boden liest und dann länger als wie beim Boxen auf 10 zählen und wenn er bei 10 nicht aufgestanden ist, dann gibt es wie eine grüne Karte und dann z.B. 3 Minuten rausgehen. Weil wenn du wirklich etwas hast, dann musst du eh so lange gepflegt werden und wenn du nichts hast, dann spielt deine Mannschaft halt 3 Minuten in Unterzahl. Oder du wirst mit der Greencard auf Amerika aufgeschafft. Kann man auch mal. Sie muss nicht grün sein, sie kann auch mit roten Streifen oder so. Ja, man könnte in der letzten vierten Stunde nur noch gespielte Spielzeit gelten lassen. Das wird bei jedem Wunderbruch einfach Zeit angehalten. Das würde aber das nicht verhindern, weil es geht ja nicht nur darum, dass die anderen wenig Zeit haben, weil das wird ja eigentlich nachgespielt, sondern es geht ja darum, es geht ja darum, es um den anderen ihre Angriffsfälle brechen und so. Es geht ja um das und das ist schon trotzdem. Also gegen das, wie es nichts ist. Aber seien wir ehrlich, gegen Spanien, es hat nichts anderes genutzt. Also es ist ja, es ist... Ja, aber... Es ist... Nein, also ich weiss, was du meinst und ich habe nicht gefunden, ah, schau, da sind sie jetzt wieder die mini alten Italiener, es gibt sie doch noch, sie können das doch noch, weil sonst haben sie das ganze Turnier nicht gezeigt, es ist komplett neu. Sie zeigt sich vor allem, weil sie es vorher gar nie gemacht haben. Also dass sie es immer noch trainieren. Nein, das müssen sie nicht trainieren. Sie sind noch da. Das haben sie im Blut. Nein, nein, aber stimmt, sonst haben sie das nicht schlecht gemacht. Aber die Spanier, wie sind die Spanier eben vorgekommen? Es gibt doch so die Kinder auf dem Pausenplatz, wenn du mit denen spielst. Es geht ja nicht darum, dass du immer gewinnen musst. Du spielst auch gerne mal mit solchen, die noch ein bisschen besser sind, aber es muss auch ein bisschen Spass machen. Sie müssen ja wie auch noch lustig und es muss noch... Dann verlierst du nachher, aber es hat Spass gemacht. Das hat Spass gemacht. Aussen für die Spanier. Aber die hatten auch keinen Spass. Das hast du auch nicht einiges Gefühl gehabt. Die hatten mega Spass. Das ist so eine eiskalte, penetrante, perfekte Maschine, wo einfach Italien die Luft abgeschnitten hat. Die haben gar nichts mehr in den Stand gebracht und sind bis jetzt die grossartigste Mannschaft vom Turnier gewesen. Wir sind sich ein bisschen vorgekommen wie die Kinder, die eigentlich nicht auf dem Pausenplatz spielen auf dem Pausenplatz. Die Streber. Sie sind einfach... Also ich glaube, das mit dem Freude machen, es ist jetzt auch die anderen Mannschaften rennen nicht fröhlich hüpfend auf dem Platz und haben es so Freude, dass sie jetzt den Baller von links nach rechts shooten können. Sie haben ja Freude, dass das so extrem gut funktioniert. Sie haben natürlich nicht Freude, wenn ihre Abschlüsse nicht reingehen. Und sie haben ja nicht so gespielt, wie sie vorher gespielt haben, nämlich einfach immer den Böller und sie zack, 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 Laserpässe hin und her spielen, aber es ist nie etwas gefährliches worden. Sondern gegen Italien haben sie extrem gedrückt. Also Italien ist fast untergegangen in diesem Spiel. Es war krass. Also es war wirklich sehr krass. Es war wirklich sehr, sehr krass. Und wenn sie mal den Böller hatten, den Italienern, dann ist eigentlich das, was sonst einmal der Gegner passiert ist von den Italienern. Böller mal vorne, gerade wieder abgehakt, gerade wieder hinten vorne. Es sind doppelt so viele Spanier auf dem Platz gestanden, der Italiener. Es war unglaublich. Es war wirklich unglaublich. Du hast das Spiel auch nicht wirklich gesehen in diesem Fall? Nein, einfach nur den Anfang konnte ich nur schauen. Und dann die Nachspielzeit. Genau. Also das kannst du im Fall nochmal nachschauen, im Fall das Spiel. Es war einfach sehr beeindruckend, wie gut, dass der Fussball mittlerweile geworden ist. Also wirklich extrem krass. Ja, es klingt so. Es hat niemanden. Es hat Spass gehabt, es hat niemanden. Aber der Fussball war schon gut. Den Kommen hat vielleicht nicht Spass gehabt. Die Spanier hatten es recht Spass gehabt in diesem Spiel. Ja, es ist ja aufgegangen. Ich bin einfach sehr beeindruckt. Also wirklich sehr beeindruckt. Aber ich fand, das ist dann wie Ballett. Ich bin auch mega beeindruckt, wenn ich mal ins Ballett schaue. Im Opernhaus. Dann bin ich so oft Ballett schaue. Schon länger nicht mehr. Weil ich bin dann zehn Minuten mega beeindruckt, was die können. Und irgendwann mich die Perfektion kalt. Und so ist es mir mit den Spaniern gegangen. Ja, ich bin krass. Aber ich kann mir jetzt mal noch ein bisschen Spass haben. Also du fährst es lässiger, wenn sie ab und zu mal noch einen Fehlpass für dich einstreuen? Ja, ein bisschen. Ja. So ein bisschen Menschlichkeit zeigen. Ein bisschen Menschlichkeit zeigen. Darum habe ich auch diese Warnung gegeben. Das haben Sie ja gesagt. Was hast du an Warnung? Ja, dass genau das weggeht. Man kann keine Fehlentscheidungen mehr machen als Schiri. Man kann den nicht mehr richtig ausbauen. Gut, vielleicht weiss man jetzt, ob sie gekauft sind oder nicht. Wenn er eine Penalti gibt wie gestern. Jetzt müsstest du recht viel kaufen. Ja. Es sind ja so viele beteiligt. Ja, aber das... Ja. Aber gestern, ob das jetzt eine Penalti ist oder nicht und nachher geht der Nogalugo und gibt ihn trotzdem. Ich bin nicht gut. Es ist ja auch gekauft. England-Dänemark. Er hat ja nur aufs Ohr gesagt, dass er so offensichtlich erklärt es uns. Wieso? Dass es offensichtlich kein klarer Fehlentscheid war. Also das ist nicht meine Meinung. Ich sage nur, wie die Entscheidungsbindung funktioniert in diesem Fall. Foul an Raheem Sterling im Strafraum in der Nachspielzeit. Genau. Englands kommt ein Penalti über. Harry Kane schiesst noch den Goli an. Zuerst und dann ist er im Nachschuss. Frau Wohl, ist das Foul? Und der Schiedsrichter hat gefunden, okay, das war das Foul. Ich gebe jetzt Penalti. Und dann hat... Dann tut ja, ohne dass der Schiedsrichter selber etwas meint, wird die Szene überprüft. Das steht ja dann auch Potential Penalty Check. Und dann schauen die das nochmal an. Und normalerweise, sie dürfen ja nur eingreifen, der Wahl darf nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und es hat vor dem Turnier noch eine Weisung für das Turnier speziell, nämlich sie dürfen solche Penalti-Entscheide nur umstossen, wenn bei der betreffenden Szene kein Kontakt vorgelegen ist. Also wenn Sterling berührt worden ist, dann ist es eigentlich schon... Ich weiss das schon gewesen. Und sonst müsst ihr eigentlich beurteilen, der Fall von Rahim Sterling ist der gewesen, weil er sich einfach angeworfen hat oder weil er den anderen berührt hat. Oder wie man mit der Schiedsrichter sprach, dass er schön sagt, ist die Berührung ursächlich gewesen für den Fall von Rahim Sterling. Hat ein Kontakt stattgefunden? Ja, aber es ist angekommen, sie ist es auch. Und dann haben die das angeklangt, ja, Berührung, er ist gejagt. Vielleicht hat er sogar gefunden, ja doch, er ist weg dem gejagt. Und dann ist es keine klare Fehlentscheidung, auch wenn wahrscheinlich, wenn 20 Schiedsrichter die Szene anschauen würden, 19 sagen würden, das ist sicher kein Penalty. Aber mit diesen Regeln kann man dann nicht mehr umstossen. Rahim Sterling ist der einzige weltweit, der gesagt hat, es ist ganz ein klarer Penalty, es hat die Berührung stattgefunden. Wenn du nicht berührt werden willst, dann musst du vielleicht Synchronschwimmen machen. Dann musst du auch nicht in den Strafraum gehen. Geh nicht in den Strafraum. Du kannst nur auf die Eckbälle treten und sonst wirst du einfach berührt. Du bist echt in der Mitte und bist der Ruhe und Paul. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, ich werde einfach gerne auch mal berührt von etwasem. Und Rahim Sterling nicht. Wie habt ihr es mit Körperkontakt beim FC Helvetia? Seid ihr hart unterwegs? Nein, sicher. Da kannst du ja voll rein. Das ist ja das Gefährliche bei denen, die nicht Fußball spielen können. Das ist so. Wir hatten ja schon Verletzte beim ersten Spiel. Es ist wirklich voller Kanne in allen, was geht. Ehrlich? Das würde so Organisationen wie ZUWA eigentlich immer stark davon abraten. Mit Leuten, die eben nicht trainiert sind und vielleicht den Sport nicht so können. Die können ja nicht so einschätzen, habe ich jetzt eine Chance auf den Bällen? Oder eher nicht. Die überlegen ist das gar nicht. Das ist für uns aber nicht das Problem. Wir gehen immer davon aus, dass wir eine Chance haben. Das ist eben für die Gegnerinnen gar nicht die beste Überlegung. Nein, aber sonst würden wir gar nicht so hören spielen, glaube ich. Wenn wir nicht diesen Innerdrang hätten. Trainieren die dann auch? Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen mehr trainieren. Vor allem die Konditionen wird sicher wichtig werden in Zukunft. Ich komme jetzt mit dem Team-Spirit aus, weil wir sind ja doch unterschiedlich ausgerichtet, jetzt nur schon politisch. Also nein, der ist sehr gut. Das lädt man voll ab. Also ja, da muss man ja schauen, dass einfach die Kiste gemacht wird. Das letzte Spiel war gerade nach den Abstimmungen, wo das CO2-Gesetz sehr tief gesessen bei uns und es hat nur eine von SVP gespielt mit uns. Aber im Sturm. Dann haben wir wie gesagt, jetzt machst du einfach 10 Goals und dann gehen wir wieder ein bisschen normal miteinander. Ja, da kriegst du aber eine gute Idee über, wie das ist mit den Mannschaften. Denn dort hat es ja auch ganz viele Leute, die völlig unterschiedliche Hintergründe haben und sie können trotzdem miteinander auskommen. Funktioniert eigentlich auch bei den Profis. Ich habe mir vorgestellt, wenn du ja miteinander spielst, dann ist ja eh easy. Du bist ein Team und das stärkt ja den Teamgeist und den Zusammenhalt untereinander, auch wenn man nicht vieles nicht gleich gibt. Aber im Training läuft man dann nicht vor, mal eine politische Gegnerin? Nein. Nein, nein. Nein, das ist wirklich gar kein Thema. Da trainiert man und dann regt es. Also mir regt es dann auch ein bisschen auf, wenn es dann nicht so klappt, wie es sollte. Aber es ist aber recht streng. Und es ist immer so in der Mittagspause vom Ratsbetrieb und dann haben wir vom 1 bis 3 Mittag und dann muss man dann alles reinbringen und dann am 3 bist du vielleicht schon wieder am Mikrofon vorne. Das ist also schon ein bisschen herausfordernd. Kennst du Training? Ja, Training haben wir am Mittag, weil wir haben so viel Abend anlässt, dass wir es einfach nicht auch noch dann reinbringen. Und wie spielen ihr dann? Also jetzt im September gegen das Rote Kreuz. Dann machen parlamentarische Vorstösse. Ich meine im Spiel. Ja. Vorstöse. Ein Wortspiel. Ein Wortspiel. Parlamentarische Wortspiel. Genau. Von rechts zu links. Ja, nein. Also jetzt schauen wir. Die lassen wir einfach runter. Das ist die Einstellung. Ist gut. Nein, wir bütschen der Watt. Dann kommt er wieder unter den Entwicklungsnummern. Aber hier auf dem Spielfeld. Aber nochmal zum Penalty, was da noch schnell zurückkommt. Was mich eben dort vor allem geärgert hat, ist, wir erinnern uns noch das Spiel der Schweizer gegen die Franzosen. Dort hat es eine Szene gegeben, wo der Zuber gefällt worden ist und er hat nicht gepfiffen. Weil er nicht sicher war, dass es einen Penalty gibt. Und dann ist es halt viel einfacher, weil dann schaut der Wart das an und sagt nachher im Nachhinein, hey, sorry, es ist ein paar vor eine Penalty. Das ist dann, wo sie noch anderthalb Minuten weitergespielt haben. Nachher gibt es aber den Penalty, der auch zurecht gegeben worden ist. Wenn er jetzt in dem Fall den Penalty einfach nicht gegeben hat, weil er vielleicht nicht sicher war, hat er jetzt das wäre nie ein Wahr kam, der gesagt hat. Dann tust du einfach nicht pfeifen und dann hätte er einfach gesagt, ja, das war kein Fehlentscheid, diese nicht zu geben. Das war alles richtig, also weiterspielen. Du bist doch ein Mensch mit einer Gerechtigkeit zu empfinden. Ich weiss, wir führen die Wahrdiskussion seit es der Wahr gibt. Hin und wieder haben wir das Gefühl, es kippt langsam und er ist akzeptierter als auch schon. Ich habe von Anfang gefunden, ich habe einfach gerne Gerechtigkeit auf dem Platz und so Fehlentscheid, wie sie eben trotz Wahr jetzt offensichtlich noch stattfinden, finde ich nicht gut. Also du bist für eine Wahr gewesen? Ja, ja, immer noch. Nein, also ich bin grundsätzlich gegen Videoüberwachung und darum finde ich auch, das ist wie das Gleiche. Wenn man jetzt gesehen, mich beruhigt es fast ein bisschen, wenn ich dir zuhose, dass man irgendwie wirklich noch gleich ein bisschen Spielraum hat für Fehlentscheidungen oder noch ein bisschen für Diskussionen. Weil das Schlimmste finde, ist so der Sicherheitsdrang, dass man eben alles ist richtig und alles ist richtig entschieden und das Spiel lebt ja ein bisschen auch von dem, dass es vielleicht mal ah, jetzt sind wir nicht ganz sicher oder ja, der ist jetzt gut gefallen, wenn sie immer gefallen. Und dass das so mit dem Schiri auch mal ein Fehlentscheid und der kann auch mal hessig sein auf den. Ich finde, wie die Gerechtigkeit ist ja wie nicht mehr gegeben, wenn man jetzt dann eben anderthalb Minuten noch weiterspielt und dann ah, jetzt kann er gleich noch den Penalti machen. Ja, wenn er jetzt vorher das Goal schon gemacht hat, dann hat er es halt vorher schon gehabt. Also ich finde, nein, ich finde, es gewinnt nicht. Aber ich möchte noch schnell zusammenfassen, mit was ich da sitze. Also, da ist der Tom Gisler, der hat gern, dass die Mannschaften mehr Fehlpässe spielen und du hättest gern, dass die Schiedsrichter meine Fehlentscheid machen. Genau. So habe ich es nie gesagt. Aber ich habe es mega so, wir wollen fair sein und es soll alles gut sein. Ich habe nie gesagt, ich will das mehr Fehlpässe passieren. Ich habe für mich Menschlichkeit appelliert. Das ist alles. Ja, aber findest du ihn nicht? Nein. Bist du für oder gegenwahr? Ich bin für der Wahr. Ich hätte ihn nicht so eingeführt, so auf die Art, wie er jetzt ist. Du bist so ein Ja-Aber. Genau. Okay. Und zwar ein Ja-Aber. Also, ich finde so, wie Sie jetzt während der EM, wie wir gestern während dem Match schlugen, haben wir noch diskutiert, es ist eigentlich krass, wie gut, dass der Wahr jetzt in der EM funktioniert. Und dann kommt genau diese Szene. Und bis dort habe ich gefunden, es ist eigentlich völlig okay. Also, es ist gut gewesen. Man hat nicht, wie das sonst in der Meisterschaft damals war, es hat eigentlich gar niemand reklamiert und irgendwann kommt der Wahr von hinten und sagt, hey, vor zweieinhalb Minuten hat der einen den Böller glaube ich ein bisschen mit der Hand berührt, darum gibt es jetzt einen Penalty. So eine Szene hat es jetzt nichts gegeben. Also, sie sind ein bisschen am Schraubeln, dass man den gut einsetzen kann. Und das finde ich eigentlich grundsätzlich gut. Ich hätte es eigentlich grundsätzlich besser gefunden, wenn man es so gemacht hätte, wie sie in anderen Sportarten auch ist, dass man sozusagen beiden Mannschaften, ich glaube, pro Halbzeit, sagen wir zum Beispiel zwei Challenges gibt. Ah, wie im Tennis. Und dann, ja, genau. Und dann darf man es nur gerne. Wenn es wirklich, wenn eine Mannschaft findet, jetzt, das ist jetzt wirklich überhaupt nichts oder das ist ein klares Fall gewesen, dann kann es eben nächste Stunde, wo ich sage, okay, Challenge. Aber es macht natürlich alles wie komplizierter. Wer darf Challenge, ja nur der Coach. Ja, oder der Captain oder wer auch immer. Oder der Stefan Klapproth. Genau, ein Assistent darf das machen. Der Stefan Klapproth. Zum Beispiel, der Stefan Klapproth. Du hast direkt gesehen, der Stefan Klapproth bei den Italienern. Ja, du hast gerade an seine Frisur gedacht und die vom Yogi. Ja, wir sind schon gut am Weg. Der Memme hat eben sehr Freude am... Was ist das? Taktik-Trainer von den Italienern? Einfach einer von den Assistenztrainern, ja. Und er sieht klein aus wie der Stefan Klapproth? Er sieht nicht klein aus wie der Stefan Klapproth. Er sieht sehr aus wie der Stefan Klapproth. Ja, der Jogi Löw ist der Rechtsteiner. Genau, von Paul Neffteiner. Ja. Stefan Klapproth ist der Taktik. Einer hat dann eben auf Twitter geantwortet, irgendwie auf das, was ich das mal gesagt habe. Und der hat dann... Ich habe gemeint, er hätte den richtigen Namen hergeschrieben, wie der richtig heisst. Und dann habe ich so gelesen. Und dann habe ich so ein Kollege vorgelegt, er hat mir gesagt, ah, da steht die Richtung. Und er heisse Stefano Klapproth. Er ist Stefano Klapproth. Das ist glaube ich nicht richtig. Nein, es ist der Evani, das ist der ehemalige Fussballer. Und das ist der, der mit einem grossen Ordner am Spielfeldrand steht. Und dann jedem Spieler, der eingewechselt wird, zeigt er dann auf so... Dann muss er das mal langblättern. Ich habe es gestern schon gesagt, an einer Veranstaltung, als wäre es eine Spiesskarte von einem chinesischen Restaurant. Die mit den Bildchen, die alle gleich aussehen. Und mit dem nummerierten Menü. Genau. Du kannst von 1 bis 324 wählen. Und als würde er dem Spieler noch irgendwie sagen, welches Menü willst du, wenn du wieder zurückkommst. Und die Spieler schauen dann so gar nicht dort rein. Aber sie gehen gleich auf die Spielfeld und geben gleich Anweisungen. Das schon. Und sie gehen selber auch noch Anweisungen. Ja, sie gehen doch immer noch ein bisschen rennen. Sie müssen es vielleicht nicht mal anschauen. Sie können einfach gleich Anweisungen geben. Das ist vielleicht das Erste, was sie mitbekommen. Du musst dort hin, dem das sagen. Und nachher kommt noch Stefan Klapproth und zeigt ihm noch mehr. Und das ist dann wie wahrscheinlich zu viele. Was willst du mir jetzt auch noch? Wir hatten eben mit René Weiler gestern einen Talk, kamen wir zwei. Und René Weiler hat bestätigt, es bringt nichts. Du bist immer ein Spieler, also wir stellen uns die Situation vor, es ist Europameisterschafts-Halbfinale. Du bist Ersatzspieler. Du kommst irgendwie in den 70. oder vielleicht auch in den 75. Minuten rein. Du darfst endlich spielen. Du stehst am Spielfeldrand und du kannst jetzt... Schon am Hüpfen. Jetzt kann ich das. Du bist ein Rösschen, der losgeht. Und dann steht noch Stefan Klapproth dort und zeigt mir noch die Menükkarte vom chinesischen Listener. Hier ist mein Ordner. Übrigens kann man noch etwas Krises vorbeleiten. Moment. Das ist glaube ich das Letzte, was du spielen willst. Offensichtlich bringt es auch nicht so ganz so viel. Also dort, wo der Zauber nach dem... Welches Spiel ist das gewesen? Und er eingewechselt worden ist? Ich glaube Wales. Ich glaube das erste Spiel. Das war Wales. Was hat dir der Trainer noch mitgegeben vor der Einwechslung? Ähm... Ich weiss auch nicht. Ich muss raufhören. Jetzt will er rennen und sagen, was sie müssen machen. Ich weiss es nicht mehr. Ich weiss es nicht mehr. Aber das ist noch interessant. Die gehen dann auf den Platz und gehen auch gerade anderen Anweisungen. Das machen jetzt wahrscheinlich auch nur für die Galerie, dass der Stefan Klapproth draussen meint, er liegt ihnen zu. Das hat ja mal noch Zeit. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Wenn es so Zettelchen gehabt haben. Und dann sind es Zettelchen und dann haben sie irgendwie am, äh... äh... irgendwie am defensiven Mittelfeldspieler oder am Käpt'n irgendwie gehen. Der hat es uns so angeschaut und hat es gegessen. Oder was hat er gesagt? Ich muss doch irgendwie Beweise vernichten. Oder wenn sie so haben gerade miteinander und das kann man so nicht sehen. Das ist ja immer gut. Das ist ja auch einfach nur Psycho. Alles G. Ja, das hat schon einen Grund. Ja. Sie haben dann angefangen... Du kannst einfach sagen, also schau, jetzt mache ich einfach irgendwie schnell ein Seichen-Dit und einfach so. Weisst, dann haben sie das Gefühl, ich habe wieder voll Taktik. Und wenn der andere dann den Ordner füren nimmt, dann geht es mega auf. Das hat eben auch noch damit zu tun, dass sie mit dem Maulabdecker damit zu tun, dass sie nachträglich gesperrt werden können für Beleidigungen. Und Lippenleser können gesessen dann halt. Also wenn du so rätst und sagst, irgendetwas hängst du mir den Schlötterling an, Dann kann man es nicht beweisen. Genau. Aber das heisst dann jedes Mal, wenn sie die Hand vor den Mund nehmen, dann hängt es irgendeinem einen Schlötterling an. Ja, aber der muss doppelt so weit drauf. Manchmal müssen sie auch einfach husten. Das Mami hat gesagt, die Hand vor den Mund ich muss. Das ist ja immer noch, oder? Gibt es wahrscheinlich jetzt auch an der Ehe im Rot für jemanden anhusten? Ah, das hätte man direkt gegeben. Ja, ja. Wenn gezielt jemand anhustet ist. Und rundherum stehen aber 60'000 Leute im Stadion, während der Delta-Variante kathassiert. Wie hast du das? Also, wie wäre das dann? Was, überlege ich gerade etwas. Wenn jemand in Strafraum läuft und der Verteidiger huschtet ihn an. Ist das Körperkontakt? Ja, und dann auch das mit dem VAR. Weisst du, da hat es ja keine Berührung gegeben. Eben, mal vielleicht ist es eine Berührung. Ah, eine Tröpfelberührung. Es kommt eben darauf an, was es ist. Ein Tröpfchen. Ich bin froh. Das sind schwierige Chancen. Man kann immer dank dem VAR immer noch diskutieren. Ein Faul per Tröpfel übertragen? Ja. Wie hast du das gesehen? 60'000 Menschen im Wembley-Stadion, wo man weiss, im Moment in Grossbritannien ist die Situation gerade nicht so ideal in Sachen Covid-19. Ja, also man hat es schon recht erstaunt. Also, das Erste, was mich sehr erstaunt hat, ist so der Alain Berset, der sagt, geht er nicht und geht nicht auf Russland und pass er ein bisschen auf. Am nächsten Tag die Viola amhert, so geht er an. Okay, irgendwie so ein bisschen auch nicht so kollegial. Nein, einfach so, ja, von den Zeichen her bin ich ein bisschen erstaunt gewesen. Und sonst erstaunt es mich einfach vor allem, wie man sonst streng ist und wie jetzt da, ich weiss nicht, ob es Dueva ist oder wer, die einfach gar nicht gross schaut. Ja, die Engländer müssen das selber schauen. Ja, aber trotzdem, wenn man zum Beispiel die Olympischen Spiele in Tokio schaut, wenn man dort sieht, die haben mega strenge Auflagen, die schauen, dass irgendwie die Athletinnen und Athleten nicht mit der Bevölkerung in Kontakt kommen, haben mega abgesperrte Zonen, also hönnenkrasse Regeln. Und hier sieht man es einfach ohne Maske, Bier schmeissen, Gröhlen, eben Tröpfchen. Athleten? Siehst du Athleten ohne Maske? Nein, aber die sind auch ins Publikum. Der Bonucci, weisst du, die Szene, wo er alle umarmt. Wo er alle umarmt und nachher hat er wieder aufs Spielfeld zurück und nachher hat er und nachher ist sie mir nicht zurückgegangen. Was heißt, Siegmeister, ein Fan, der wieder aufs Spielfeld kam? Ja. Und er hat sich gesagt, sie darf nur nachher schau dir nochmal rein. Nein, aber sonst eigentlich, das muss man im Fall schon noch sagen, das mit den Fans ist das Einte, aber das ist ja der Regierer vom jeweiligen Land überlassen, was sie da für Kriterien aufstellen. Jetzt gerade da im England, habe ich jetzt gehört, ich weiss gar nicht, ob das stimmt, sie haben ja müssen, die, die ins Stadion kam, sie haben einen Selbsttest machen und haben die Resultate wahrheitsgetreu müssen irgendwo eintragen. Ja. Okay. Ja, wir können bessere Kontrollen machen, wahrscheinlich. Aber die Athleten waren natürlich sehr gut abgeschirmt. Also jetzt, als die Schweizer Nazi da unterwegs war, sind ja die Barsen mitgereist und teilweise haben sie dann eine Familie noch mitgekommen. Die durften zum Beispiel zwar im gleichen Hotel sein, aber sie durften sich nicht sehen. Also im Hotel komplett absepariert waren, niemand in Kontakt. Aber ich meine, noch die Schweizer Mannschaft ist am Schluss, nah und auf die Strasse und auch. Das war, glaube ich, nicht ganz fertig, denke ich. Nein, auf die Strasse sind sie, glaube ich, nicht. Es gab doch da die Videos. Aber ja, vielleicht waren es alle Angehörige, die sonst im Hotel waren. Die wahrscheinlich eher. Ja. Dann war es mega langweilig. Also ich glaube nicht, dass die Schweizer einen Autokurs durch Bukarest gemacht haben, oder wahrscheinlich nicht. Nehm ich jetzt mal an. Ich wüsste von keinem. Es ist ja nur ein Auto, es ist ja nur der Mannschaftsgarten. Ja, Auto wäre ja gegangen. Ja, stimmt. Er hat jetzt eine gute Lüfte. Ähm, Pornucci, das stimmt. Ich habe nur kurz gesehen, dass der zu den Fans hat sich umgedreht und dann ist eine Ordnerin gekommen, die er wieder zurück aufs Spielfeld will. Ja, aber es ist ja auch schwierig, weil sie schaut ja vorne und es hat ganz viele Leute mit Italien liegen und dann kommt einfach einer von denen und will aufs Spielfeld. Vor allem die Ordner und Ordnerinnen, die schauen ja das ganze Spiel, also ich weiss nicht, ob es an der EM wahrscheinlich ist das auch so, die hocken ja immer das ganze Spiel mit dem Rücken zum Spielfeld und schauen die Fans. Also die wissen gar nicht, dass der Bonucci jetzt gerade 90 Minuten auf dem Platz gestanden ist. Aber es hat so gewisse Hinweise gegeben. Er hatte kurze Hosen und Fussballschuhe und der ist der Bonucci. Ja. Aber offenbar jemand, der sich freiwillig meldet, um dort mitzumachen, ist wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig Fussball interessiert, sonst würde ich nicht sagen, ja gerne, ich schaue gerne das EM-Halbfinale und schaue die ganze Zeit in meinem Rücken habe ich ein verdammt geiles Spiel. Ich habe das Absurdeste dazu zu den Orten, das habe ich mal erlebt an der U21-EM in Dänemark. Dann war das Spiel in Schweiz-Weissrussland und das war in einem 20-Tausiger-Stadion und das Spiel haben die überhaupt niemanden interessiert. Also es sind alle nur auf einer Tribüne gehockt und es hat vielleicht 500 Zuschauer gehabt. Aber die UEFA hatte natürlich Vorgaben für alles so Turniere. Und dann hat es natürlich rundum im Stadion hat es alles Ordner gehabt, die einfach auf eine leere Tribüne geschaut haben, 90 Minuten lang. Und wir haben das Bestens amüsiert, weil es wirklich alles leer war. Es war einfach im Abstand von vielleicht 20 Metern einfach ein Ort da hatte, wo eine leere Tribüne angeschaut haben. Und das Beste war dann, dass sie fünf Minuten vor Schluss kommen nochmal etwa 25 Ordner und marschieren so rein und stehen vor diesen Kurven, die normalerweise vielleicht die weissrussischen Fans wären. Einfach so zum Abschirmen. Nachstelle 30 Leute vor einer leeren Kurve schauen da drauf, weil es steht so im UEFA-Reglement. Es gehört zum Protokoll. Total, wie viele Zuschauer das hat. Das war absolut absurd. Also dann lieber ein paar Zuschauer mehr im Stadion und ein bisschen Atmosphäre. Auch wenn man immer so ein mulmiges Gefühl hat, wenn fast ein volles Lämmchen aus einem Hals rausschreit. Wie ist das mit dem Heimvorteil für die Engländer? Ist das schon noch crazy? Also was auffällt, alle vier Halbfinalisten konnten ihre Gruppenspiele zu Hause austragen. Die Italiener zu Italien, zu Rom, die Dänen, die Kopenhagen, Englands in London und die Spanier in Sevilla. Ist das ein Zufall, dass die mit Heimvorteil so weit gekommen sind? Die Verschwörungstheorien. Nein, sie haben natürlich so mega viel Schwung mitbekommen. Also ich glaube, für dort ist es ja auch noch cool. Das ist ja vielleicht so ein bisschen... Es ist ja nicht nur einfach, wenn man in so vielen verschiedenen Ländern spielt. Ich fand, es hat beides. Das eine ist ja wie so, ja, man zeigt so, es ist irgendwie wie EM, man ist überall klein und ich habe ja immer gefragt worden, ja, aber die chatten ja nachher überall her. Ja, Grossalässe sind bis jetzt nicht so nachhaltig und auch wenn es in einem grossen Land ist, die chatten sind dann auch zwischen den Stadien hin und her. Und das fand ich noch cool. Auf der anderen Seite hat man wie so das, wo ein Land so Gastgeberin oder Gastgeber ist, das hat man wie so nichts. Also wenn ich an unsere Euro denke, in Bern mit den holländischen Fans, da geht ja jedes Berner hat es immer noch auf und das ist halt nicht möglich. Aber ich glaube jetzt sicher, dass es gelaufen hat, dass wenn man zu Hause spielen kann, dann hat es ja auch gleich mehr Fans. Es gab jetzt nicht leere Tribüne nicht. Aber ich glaube schon, da hat es halt mehr solche und auch da ist ja sehr geschichtsträchtig und das Spiel war ja für Englern gleichwohl auch geschichtsträchtig gewesen. Ja. Und es hat aber auch noch, es sind ja nicht einfach alle, die zu Hause gespielt haben, klingt es bei euch eigentlich auch so? Darf ich schnell fragen? Es klingt bei mir auch so. Moment, schnell. Es klingt wie ein Formel 1-Rennen im Ohr. Ich habe jetzt mal alle Mikrofone zugemacht und wieder auf. Ja. Vielleicht ist es jetzt besser. Gut, ähm, nein. Nein. Wir müssen es einfach hinnehmen, dass irgendetwas kraschelt und komisches Geräusch gibt. Wir müssen es betonen. Auf jeden Fall, dass es natürlich nicht einfach alle weitergekommen ist. In Budapest wurde auch gespielt und in Ungarn kam es trotzdem nicht wahnsinnig weit. Aber der grösste Vorteil ist nicht unbedingt das mit den Fans, das kommt sicher auch noch dazu. Aber wenn man so sieht, wie die anderen Mannschaften haben uns hin- und hergetten, zum Beispiel die Schweizer Mannschaften, dann ist das wahrscheinlich doch eher ermüdender, als einfach nach dem Spiel ins Hotel und ins Ermüdungsbad hängen. Das ist interessant gewesen, es wird immer schlimmer. Es ist unheimlich. Es ist gespässig. Ah! Hast du einen geheimen Knopf gefunden? Ich glaube, es ist irgendein Vakuumkontakt von irgendeinem Gerät. Wir müssen es einfach aushalten, das stehen wir jetzt durch. Ich trage dir wahr. Furchtbar. Es tut furchtbar. Es bringt das auch ein bisschen aus dem Konzept. Total! Total! Es ist wie wenn jemand hinter dir ist, dann ist der ganze Zeit einfach... Das ist jemand Hunger, das ist der Magen. Es ist ein bisschen wie der Chiellini, der dem Jordi Alba vor dem Penaltyschiessen, haben Sie das Penaltyschiessen gesehen zwischen Italienern und Spaniern? Vor dem Penaltyschiessen der Jordi Alba neckt und lacht und in warmt. Und der Jordi Alba fand es nicht so lustig. Was war das? Aber das ist wie gestern nach dem... Münzworf. Ja, nach dem Münzworf. Ja, ja. Aber ich glaube, der hatte doch mega Freude. Der war mega freudig. Man kann ja hühnerviel dort interpretieren. Das ist extra gemacht und psychologisch klein und so. Und der, der so gross ist oder klein und so. Und ich fand wie so, der hat mega Freude die Hühnerbelle. Also ich habe es recht. manchmal noch wiederholt. Ich habe dort ein bisschen wahr gemacht. Und ich habe es wieder angeschaut und habe mir überlegt, okay, kann man das wirklich oder ist es einfach wie so... Ich glaube, es ist eine Art gewisse Unsicherheit. Er ist ja mega nervös. Es geht um Hühner viel. Und er hat trotzdem aber Hühnerfreude, glaube ich. Und ich glaube, es war echt so ein Affekt. Ich würde ihm nicht so viel Strategie vorstellen. Ich glaube, ein bisschen schon. Um zu zeigen, wir sind so locker. Und wir finden es so härtig, dass sie bei uns hier sind. Irgendjemand hat das so kommentiert. Er hat gesagt, das sei so wie der lustige Onkel, der immer an die Familie feiern kommt und immer die blöden Sprüche macht. Und er ist immer so he 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 he, mega lustig und so. So hat es bei den Jordi Alba gesehen. Aber so habe ich schon gedacht, das ist so etwas zu zeigen. Hey, schau, wir, total locker, wir haben jetzt mega Freude und ihr seid mega nervös. Ich habe schon die Theorie gehört, dass der Jordi Alba versucht hat, zu scheissen, weil es hat ja einen Münzwurf gegeben. Und dann hat die Elini gesagt, also gut, wir wollen da. Und der Jordi Alba hat gesagt, nein, wir wollen da. Und er hat wie so da, als hätte der Münzwurf gewonnen, der Jordi Alba. Aber das sieht man ja. Und der Giellini, weisst du, wenn die Münze so ein bisschen im Gras, keine Ahnung. Ich glaube, er wollte einfach so tun, als wären sie schon die, die gewonnen haben. Und er hat einfach probiert, Winning Ugly, à la España, nachdem sie schon die ganze Zeit so unsympathisch perfekt Fussball gespielt haben. Und der Giellini hat einfach gesagt, ja, nein, nein, ist ja gut, das probiert. Und der Jordi Alba war einfach ertappt gewesen, in dem Moment, wo der Giellini ein bisschen auslacht. Also die Taktik hat es mal gegeben. Mal hat Zürich in den 60er Jahren in einem Europa-Cup-Spiel gegen Galatasaray Istanbul gespielt. Und das ist unentscheidend ausgegangen, das Wiederholungsspiel. Und dann hat es früher noch keine Penaltenschüsse gegeben. Und dann hat es wirklich am Schluss Münze geworfen, wer weiterkommt. Und dann sind die beiden Käpt'n und ein paar Leute rundherum und dann hat sie die Münze geworfen. Und sie ist am Boden gegangen, und der türkische Käpt'n hat sie gerade geschnappt und ist weggerannt und hat gejubelt. Aber sie hat gar nicht mehr gesehen, auf welcher Seite das gelandet ist. Dann haben sie dann gesagt, hey Mo, wir haben es schon noch gesagt. Noch mal zurückgekommen, jetzt werfen wir das nochmal. Wir haben es auch gesehen. Ja, sie haben ja zweitmal die Münze geworfen. Ja. Und die Giellini hat wieder gesagt, ja da, hat wiedergekommen. Also dann sind sie noch auf der Kunst nochmal. Ja, ja. Er hat einfach umarmt und hat gesagt, ja, wir haben es gut gewonnen. gut probiert. Hey, es war mega herzlich und wir haben auch noch das Goalschiessen damit es jetzt noch ein bisschen weitergeht. Das machen wir das Penalte schiessen, aber wir haben den Donnarumma am Goal. Wir werden gewinnen. Jetzt ist es schwierig, du bist ja halb Deutsche und jetzt hat es ja zwei Mannschaften im Finale, Italien und England, wo man jetzt nicht beiden ein gutes Verhältnis zu Deutschland nachsagt. Das waren ja immer so ihre im Fussball zumindest ein bisschen Herzrivalen. Gibt es irgendjemanden, mit einem gutes Verhältnis zu Deutschland? Die Schweiz. Gute Frage. Die Schweiz? Nein, aber es sind halt Fussballer... Gut, das ist ein Scheiss noch für die Schweiz. Nein, aber von der Fussballer ist eine grossen Nation. Ich glaube, sie haben halt mit, weil sie halt schon so lange an der Spitze mitspielt, haben sie mit jedem schon eine Geschichte natürlich, das kommt schon nicht dazu. Aber so England und Italien sind glaube ich schon so ihre kleine Hauptrivalen, wie erzählt. Und die Holländer, aber die spielen jetzt auch Carola. Ja, die Holländer, die haben noch mehr Mittel als Bonus verdient. Ja, also ich habe jetzt wirklich noch nicht so, kann ich sagen, für wen ich jetzt wirklich bin. Was? Ja. Ganz ehrlich gesagt, wir haben die Italiener so ein bisschen aufgeregt mit dem Ablegen. Das habe ich fast nicht mehr schauen können. Bei dem Belgien-Match habe ich wirklich fast aufgehört. Es passiert mir nicht so viel, weil ich bin sehr wirklich hart im Namen. Aber dort habe ich gedacht, nein, das kann ich fast nicht mehr schauen. Und England finde ich wie so, ja, sie dürfen auch wieder mal. So. Dort kommt dann meine Gerechtigkeit zu ziehen. jetzt sind ihr mal da. Ja, jetzt dürft ihr. Ich würde es so ein bisschen umarmen und sagen, ja, ist gut, jetzt dürft ihr wieder mal gewinnen. Vielleicht macht der Kielini das nicht. Ja, sicher. Aber am Anfang vom Spiel. Am Anfang vom Spiel? Nein, Ja, also England. Wir sind auch schon angefeindet worden von einem Arbeitskollegen, von Guido Berger, Digitalredaktor hier bei SRF und auch schon in diesem Podcast war, wo uns auf Twitter ein bisschen England-Hate unterstellt hat, dass wir nie gross über England reden oder wir machen sie schlecht, wobei wir machen sie gar nicht so schlecht. Wir haben auch über die Deutschen noch nicht wirklich über die Engländer geredet, wenn wir mal über die Engländer noch reden. Können wir machen, ja. Sie sind mir einfach ein bisschen egal, muss ich ganz ehrlich sagen, an diesem Turnier. Das ist vielleicht der Punkt. Das Schlimmste, wahrscheinlich. Genau, das Schlimmste. Wenn es dir eigentlich egal ist, das ist das Schlimmste. Die Spanier regen mich auf. Das ist viel besser als die Engländer, wo wir einfach auch ein bisschen egal sind. Es ist nichts zu sagen gegen Ja, erfolgreich schon. Wir haben es jetzt auch jetzt gegen Dänemark die Chance auch wieder ausgegeben, um nachhaltig zu beeindrucken. Es war gegen ein extrem mühe in Dänemark. Nicht jetzt ein wahnsinnig aufregendes Spiel, dann irgendwie noch in der Verlängerung mit einem geschenkten Penalty dann weitergekommen. Und es ist auch wieder exakt das, was es eigentlich immer macht. Sterling rennt mit dem Bödel in irgendwelche Leute. Finde ich einfach doof. Aber natürlich haben sie grossartige Spieler, auf das Zweifelsohne. Aber ich finde es jetzt nicht, weil ich jetzt für die Mannschaft, die ich finde, hat mich jetzt am meisten beeindruckt an diesem Turnier, dann sind die Engländer nicht im Finale. Aber sie sind jetzt und ich bin für die Titel einer. Ich glaube, sie haben ja auch, das ist ja auch eine Charakterfrage manchmal. Ich finde manchmal es ist immer so, es ist in der Politik auch so, die Profillosen, so ein bisschen glattere, alle glattere, die kommen immer weiter. Weil die haben weniger Angriffsfläche. Und England, das habe ich jetzt für die Mannschaft, das ist zum ersten Mal so. Sie haben nicht mehr so viel Angriffsfläche, sie haben nicht mehr eine Rune, die noch rumgepöbelt, aber dann plötzlich wieder gut sein kann. Und ich finde, das fehlt mir so. so ein bisschen, sie haben nicht so Charakter. Auch so, ja gestern zuerst ein Gegengoal, aha, ja, ist noch krass, aber das hat man gar nicht so gecheckt, weil sie es einfach so durchgesneigt. Ja. Ist dir das auch so gegangen? Ja, ich glaube, hat man nicht so Sympathie, oder darum verstehe ich dich sogar, was du sagst, mir ist es einfach egal. Erstaunlich. Ja, was habe ich schon gehört? Es ist England. Es ist England und sie spielen es in London. Mir ist England nicht egal. Und ich finde englischen Fussball mega interessant, ich schaue es gerne. Aber vielleicht ist es eher ein Reintegrationsprogramm in der EU. Ah. Ja, nicht mehr anecken. Wir haben es genügend mit schönen Frisuren und Corona. Ich weiss aber nicht, ob du das gut machst, indem du dann alle in Europa besiegst. Das machst du jetzt nicht nur Freunde. Dann hätten sie, wenn es nicht gewesen wäre, hätten sie in der Vorrunde ausscheiden, wie das andere Mannschaften auch fährlich. Aber das hätten wir gar nicht mehr drüber genäuft. Ja, das stimmt. Also die Engländer seit 1966 gewinnen sie keinen Blumentopf mehr und seit sie aus der EU ausgetreten sind, seit Brexit läuft es. Was heisst das für die Schweiz? Für das Rahmenabkommen? Ja, eben. Dann ist es auch besser. Wow, jetzt haben wir etwas aufgeteckt. Also seit das Rahmenabkommen gescheitert ist, ist die Schweiz in Viertelfinal vorgestossen. Nach dem Brexit schafft es England das erste Mal überhaupt in einem EM-Finale. Ja, ich glaube, die Kausalität ist extrem hoch. Ich kann sicher auch sagen, es hat zum ersten Mal am 9. Mai geregnet und dann ist die Schweiz in einem Viertelfinal. Wahrscheinlich. Und es ist ein sehr spezielles Turnier. Ich finde es ein geiles Turnier. Also wirklich gut. Also spannend. Die Spiele sind doch sehr attraktiv. Es gibt relativ viele Goals, es gibt relativ viele frühere Goals, es gibt keine 0-0. Relativ viele Penalte. Das ist eine moderne Fussballung geschuldet. Vor allem mega viele Eigengoale. Was? Elf Eigengoale hat es jetzt. Elf! Weisst du, das Eigengoal von den Dänen, wenn irgendein scharfes Pass... Es ist ja nicht ein dummes Eigengoal. Du bist noch vor dem Gegenspieler am Ball und wenn du ihn nicht ablängst aufs eigenen Goal, macht es einfach der Ander. Ja. Ja, das ist nicht das gleiche Eigengoal wie das vom slowakischen Goali. Nein, nein, das ist es nicht. Aber es ist es ist gleich auffällig. Aber es hat sich auch schön gefunden, es haben alle probiert eigentlich mitzuspielen. Also suchen auch die Goale. Es ist nicht jemand, der schon in den Match startet und findet, mir geht es einfach nur darum, zu da irgendwie das Goal verhindern. Das hat es eigentlich nicht mehr das schönste Turnier. Mir hat es irgendwie noch gefallen, dass es wie nicht so dass es wie so an verschieden Orten ist. Ich glaube, mir hat es irgendwie dann ist man so ah, wo sind sie eigentlich? Sonst habe ich mir geguckt, von wo kommt der Schiri? Man hat ja auch immer noch ein Land mehr und jetzt ist es wie ah, jetzt hat man da der Schiri, dann hat man die so spielen, dann noch der Ort und ich glaube einfach auch so ein bisschen das Belangen, wie kann man sich wieder an etwas an eine Normalität oder wieder an das Hintasten, schaffen wir es ein bisschen auch positive Sachen aus dieser Pandemie zu nehmen, die ich jetzt finde vielleicht für den Zusammenhalt oder Solidarität ist, ich habe jetzt ein Turnier von dem her noch cool gefunden. Wie haben Sie herausgefunden, wo die Spiele sind? Wenn dort der Banner gekehrt hat. Das ist eigentlich schon krass. Das Einzige, der dich darauf hinweist, wo das ist, ist, wenn es in der Mitte steht. Es gibt Leute, die erkennen das Stadion ja schon, wenn du eine Ecke eines Sitzes zeigst. Ich gehöre da auch nicht dazu, aber sonst war es der einzige Hinweis, dass das Turnier irgendwo an verschiedenen Orten stattfindet. Aber ich habe marketingmässig auch nicht auf den Ausgerichteten. Das hilft schon, wenn die Stadien halber leer sind und dann auf der Sitzreihe Bayern-München steht, das in der Tendenz wahrscheinlich eventuell in München. Das könnte sie. Aber ich würde schon sagen, das ist ja ein zweischneidiges Wert, ein grosses Turnier zu veranstalten, über ganz Europa verteilt, zu Zeiten der Pandemie. Wir haben jetzt schon vorher ein bisschen angetönt, warum das ein bisschen schwierig ist, wenn 60'000 Menschen im Delta gebeutelt in Grossbritannien in einem Stadion sind. Aber dann wirst du eher ein anderes höher gerichtet, als man sagt, es war wieder mal ein Stück Normalität und völkerverbindend und wir haben wieder mal ein bisschen Freude zelebriert. Ja, also ich habe auch das Gefühl, wir müssten ja wie für sie kommen und wir müssen irgendwie mit dem leben, oder? Ganz, vielleicht kommt man das nicht weg. Und ich habe einfach auch gefunden, so das Ganze absagen und immer wieder klein organisieren und wieder absagen. Also entweder sagt man es einfach ab, dann ist es fertig, oder dann sagt man, man macht es und dann macht man es, probiert man es zu machen. Was ich nicht so fair finde, zum Teil ist eben die unterschiedlichen Handhabungen. Ich glaube, dort hätte man wirklich müssen schauen, oder ich gebe selber an, ob ich jetzt testet bin oder nicht und wie das Resultat ist, ist so ein bisschen ja. Weil wenn es dann wirklich wieder irgendein Superspreader-Event ist, ist es ja nachher auch schwierig. Aber sonst finde ich schon, müssen wir ja versuchen, wie können wir mit dem umgehen. Und sowieso habe ich so Turniere noch gerne. Also ich freue mich auch, wenn die Frauen wieder spielen und die Schweizerinnen auch wieder ein bisschen fürschi kommen. Und es gibt halt trotzdem eine andere Diskussion, als immer nur Pandemie und wir sind gegen Brexit hier und auch mal abgekommen, sondern so ein bisschen zusammen und Sport kann eben auch mega verbinden. Das ist in dem Fall passiert. Und ein Tipp als IOK für die nächste Vergabe Olympischen Spiel. Falls die nächste Pandemie ist, Ungarn ist sicher nicht der falsche Ort, wo viele Leute haben. Genau. Die haben auch einfach die Strategie für... Die haben es einfach nicht. Die haben es nicht. Die haben das Virus nicht. Ja. Die schaffen das Abschottung pur. Aline, wir müssen noch über eBay ganz kurz reden. Über eBay? Okay. Aber das machen wir unter Ausschluss von der Fernsehöffentlichkeit. Das wollen wir der Fernsehöffentlichkeit nicht zumuten. Unsere Fernsehzeit ist vorbei. Wir verabschieden uns vom Fernsehpublikum. Mit einem Rauschen. Mit einem ganz eigenartigen Geräusch. Und entschuldigen uns für... Vielleicht gehört ihr es nicht. Für das Magenknurren. Es ist alle in ihrem Magen. Nein. Sikora Gisler. Der SRF-Fussball-Podcast auch als Video auf srf3.ch Bist du bei den IB-Frauen mal im Vorstand von der Gündervereinigung? Mhm. Also man wollte ja die IB-Frauen einstellen. Also die wollte man nicht mehr. Und dann war es eine Gündervereinigung die die Frauemannschaft aufrechterhalten. Und jetzt ist man zum Glück weiter progressiver Fortschritt. Und jetzt hat IB die zu sich genommen. Also jetzt ist es klar, es gibt die IB-Frauen, die sind auch sehr gut unterwegs. Aber dann hat es die Gündervereinigung nicht mehr gebraucht. Wir haben dann das Geld übergeben und alles ist in den normalen Strukturen von IB drin. Aline Trede hat die IB-Frauen gerettet? Nein, mit diesen Federn kann ich mich nicht schmücken, aber ich mitgeholfen. Aber so eine Schlagzeile wäre schon. Aline Trede rettet IB-Frauen. Wenn ich mal so viele Millionen habe, dann machen wir die Schlagzeile. Momentan brauchst du noch nicht Millionen bei den Frauen. Ja, aber weisst du, wie das helfen würde? Ja, das würde mir helfen. Ja, das auf jeden Fall. Dann kannst du mit Millionen noch etwas bewegen. Mit Millionen könnte ich das sehr viel bewegen. Dann wären die IB-Frauen Schweizermeisterin und zwar über mehrere Jahre. Ja. Aber das wäre ja mega langweilig, wenn man jetzt irgendwie über mehrere Jahre einfach würde, wenn man jetzt einfach ein Schweizermeister sein will. Das weisst ja du. Ja. Mittlerweile. Gut, wenn man mega lange wartet, hilft es, wenn es nachher ein wenig ein paar hintereinander gibt. Ist das so? Wenn man so lange wartet, ja gut, dann ist es vielleicht nicht nur dreimal lustig, sondern vielleicht vier- oder fünfmal. Ja, aber ich glaube schon, dass es irgendwann nicht mehr lustig ist. So nach achtmal ist es auch nicht mehr lustig, wenn man vor 30 Jahren gewartet hat. Achso lustig, ja. Ja, es ist einfach nicht spannend. Lustig ist es wahrscheinlich schon noch. Ja, spannend? Nein. Es fängt ja wie nicht. Das ist wie, wenn bei einem Rennen oder so jemand einfach voraus fährt und die anderen können noch ein bisschen schauen, ob sie zweit oder dritt werden. Immer. Also ja, das ist ja auch nicht lustig. Das ist halt schon noch ein Vorteil von gerade so EM-Sachen und WM-Endrunden, dass halt in vielen Ländern hast du ja die Titelentscheidung relativ früh und dann geht es wie so. Die Titelentscheidung ist nicht mehr spannend. In der Schweiz ist das so. In Deutschland ist es meistens auch so. In Italien ist es normalerweise auch so. Und jetzt hast du wieder mal so einen Änderungen. Du weisst bis zum Schluss nicht, wer da wird gewinnen. Das wäre ein Plädoyer für das Köp-System in Meisterschaften. Nein, auf absolut keinen Fall. Nein, das wäre das Schlimmste. Das wäre das Schlimmste. Es wäre grossartig, wenn dann irgendwie der FC Luzern blöderweise schon früh ausscheidert und die ganze restliche Saison müsste zuschauen bei den anderen in 64-Gestel-Finale, in 32-Gestel-Finale und so weiter dann die ganze Saison fertig spielen. Also das gibt es ja den Gap. Aber die Meisterschaft ist nicht so etwas. So etwas habe ich auch schon gesehen. Und Luzern spielt gerade kaum. Ich habe gerade vorhin erfahren, dass Gap schon ausgelöst wurde. Jetzt geht es schon wieder los mit Schweizer Fussball. Ja. Vor leeren Stadien? Ab dem... Nein. Und irgendwann ist es schon aufgehoben, ab September oder so. Ich weiss im Falle schon wieder nicht mehr genau. Ich weiss, bis dann ändert es so wieder... Das müsstest du wissen. Nein, ich bin nicht im Bundesrat. Ja, aber du bist ja relativ nahe am Bundesrat. Nein. Opposition kennst du. Aber es wird schon einen schwierigen Moment. Es ist schon ein schwieriger Moment, wenn es nach einem EM- oder WM-Finale nach zwei, drei, vier Wochen Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, wo die besten Spieler von Europa oder die besten Spieler von der Welt gegeneinander antreten. Und dann ist das fertig und dann ist schnell zwei Wochen Pause und dann geht die Super League los. und dann denkst du mir kurz... Ah, fuck ja. Stimmt. Jetzt hat es noch... Das ist ja die gleiche Sporte. Ich meine, das ist wirklich teilweise deprimierend. Krass. Muss man schon sagen. Weil man wieder drin ist. Es ist nachher... Okay, aber die Umstellung ist schon... Es ist jetzt noch ein bisschen ein Vorteil. Man hat ja... Die Schweizer Meisterschaft fängt immer relativ früh an. Also eigentlich, wenn die Leute noch in den Ferien sind, mehr oder weniger. Und dann ist es dann noch so gewesen, dass du das grosse Turnier hatten. Und dann ist es eigentlich gerade wieder losgegangen. Aber es waren noch gar keine Leute da. Die Zuschauerränge sind extrem nicht gefüllt. Die Zuschauerränge sind extrem fast leer. Und dann hast du so geguckt, in irgendeiner Letzungrunde mit 4000 Zuschauern und hast irgendwie in Zürich gegen Thun geschaut. Und vorher hast du noch irgendwelche Spanier und Italiener mit irgendeiner Laserpass gesehen. Und dann hast du schon gedacht, ja, so... Okay. Das stimmt. Kann man das irgendwie schneller laufen lassen? Am Fernsehen geht es schneller als live. Aber jetzt, weisst du, wenn die Leute dann wieder ins Stadion kommen, hast du wenigstens mal so... Ah, vielleicht ist es ja dann ein bisschen voll und es tönt ein bisschen. Aber dann hast du immerhin das Stimmungsmässige, was dann vielleicht ein bisschen anderem übertönt. Total egal, was die Thun auf dem Platz ist, hauptsächlich wieder mal in ein Stadion gehen mit ein paar Menschen und eine Wurst essen. Ich glaube auch. Vielleicht muss man gar nicht spielen. Jetzt hätte ich gerade Lust auf eine Wurst. Gut. Das ist der Zeitpunkt, wo wir uns verabschiedet. Wir gehen jetzt... Von Würsten und... Von Würsten. Ari, danke vielmals. Bist du im Stadion anzutreffen dann? Wenn. Wenn man wieder darf. Wenn der Bundesrat sagt, er hat ja schon gesagt, ob man wieder darf und dann man wieder darf. Ja, aber es kann immer wieder ändern. Das ist so, ja. Aber ja. Darum merke ich es mir auch mal gar nicht. Genau. Ich habe auch so ein bisschen wie so, ja, okay, im September darf man das und so und so viel, aber jetzt steigen Zahlen wieder und dann ändern es vielleicht wieder. Flexibilität haben wir gelernt. Wir wollen schauen. Ja, wir schauen. Wieso sagst du eigentlich Hühne? Hühne? Nein, man hat einfach das Gefühl, es ist ein bisschen anständiger. Als Hühne? Ja. Nein, aber innen. Das ist das, was Berner sympathisch macht, im Gegensatz zu dir, Zürcher. Weil mich Hühne sagen? Ja. Obwohl es, ja, egal. Obwohl es von ungeheuerlich kommt. Genau. Genau. Hast du etwas gelernt? Ob oder wie? Nicht, oder? Nein, ich weiss, ich habe mir das mal nachgeschaut, weil ich Hühne gesagt habe am Radio, das passiert mir irgendwie, und dann jemand geschrieben hat, dass es ganz, ganz schlimm ist, dass sogar am nationalen Radio jetzt mit so Wörtern um sich geordnet wird. Und da habe ich dann schnell ein bisschen nachgeschaut, dass Hühne nicht von, dass es keinen Zusammenhang hat mit Prostitution, dass es nicht die Dirne ist, sagt man das früher in den Blick, hat er mich, die Dirne, sondern dass es von einem anderen Wort abstammt. Und jetzt ist es ungeheuerlich. Ja, ungeheuer. Ja, ungeheuer. Ungeheuer. Das kann man natürlich, ich könnte es natürlich auch so sagen. Ungeheuer. Das ist ungeheuer. Wenn du jetzt damals in der 80er, wo wir noch kein Deutschlands-Liebchen angekommen haben, schon wieder uns um die Häuser gezogen bist, ist es ungeheuerlich gut gewesen. Ungeheuerlich gut gewesen. Arnie, danke schön. Merci auch. Danke.